Hallo, Hock, mach mal die ganze Scheiße nochmal, ne? Ach, wie toll! So, ähm, ähm. Ich spiele jetzt mit euch die, äh, Museumsmission jetzt gerade eben nochmal, weil nämlich ich hab jetzt keinen Bock die ganze Zeit nicht aufzunehmen, um gar nichts zu machen. Äh, jo, wir fahren wieder zum Ray. Oh, diese. Taxi stehen bleiben. Ich glaube, bei einer Xbox wird zu heiß. Hab irgendwie das Gefühl, weil nämlich deswegen hängt sie sich immer auf. Die hat auch ganz komische Geräusche, wenn's mit dem Lüfter und sowas geht. Ist nicht gerade sehr schön, aber was soll ich machen? Die muss jetzt noch halten. Bis die PS4. So. Ja, Baby, ja. Das ist mein Ex-Y. Hey, wie geht's los, Mann? Ja, wie geht's los, Mann? Ich habe das. Danke. Bist du dich? Scheiße? Du solltest meinen Mann treffen! Sauber, schlappen dich! Du solltest meinen Mann! Du solltest meinen Mann! Bist du dich! Dejen sie dich! Du solltest meinen Mann! ja jetzt muss nur ein adolf kommen muss wenn wir irgendwie ins bein schießen oder so sehr schön tasten wir uns voran keine möglichkeit das ding darunter zu schwerfen oder mal rippen rum was macht er jetzt die Komm schon. Prepare your anus Oh mein Gott Läuft alles reibungslos grad eben Don´t make me kill you Don´t make me kill you Okay now I can do this all day if I had to You should not have fucked me They will die So und weg hier Die Polizei arbeit man Wie der gegen mich Eine Repräsentative sagte Es ist sicherlich ein tragisches Und wegen der erhöhten Terror-Treat Einige Bürgerinnen Seidens sterben von hysterischen Halluzinationen Mein rechtlich Wir sind auf dem Platz Helikopter der Tod Brought to you by eugenicsincorporated.com Es ist ja auch schlecht Wenn man eine Abkürzung fahren kann Gell So jetzt haben wir es aber geschafft Wuh Der Deal ging nicht so gut, Ray Johnny hat das Geld Ich weiß nicht, wer die Dämonen hat Scheiße Der Biker Schrapp Das würde nicht Poe oder nichts Komm zurück und sehe mich Alles klar Die Schnitzerei Der will uns sehen Hey, wo du gehen? Hoffentlich nicht Poppen Das wäre ziemlich schlecht Wenn du uns Poppen willst Ich weiß nicht, ich kann Poppen Ich weiß nicht, was das für eine Mission war Du bist sicher, dass dieser Mann gut ist? Ich erzähle dir, dass der Mann gut ist. Du siehst? Hey, hier ist er. Phil Niko. Niko Phil. So, du bist der Mann, der für ein paar Millionen geraten wurde? Ja. Du wirst mich für das? Nein, ich habe gut gehört. Einige Freunde, aber du wirst, was du tun? Du bist richtig. Ich habe die Firma gehalten. Oh, du meinst dieser Mann? Er ist okay. Er ist gut. Er ist gut. Er ist gut. Sehr lustig. Ha, ha. Wir haben viel Geld verloren. Und wir haben ein Problem. Das ist ein Problem. Und ich habe das Problem gefunden. Ich habe das Problem gefunden. Ja, ich habe das ungefähr etwas. Also, wir haben ein paar Mädchen gehalten. Vielleicht kannst du mit den Fikern. Komm sie runter. Sie haben Probleme auf dem Falksite und Texas. Klar. Otherwise... Du und Raymond hier haben ein riesiges Problem. Die Bossen müssen sie bezahlen. Selbst wenn die Leute vergessen, zu ihnen zu erzählen, sie arbeiten. All right. Keine Brüder, meine Brüder. Was ist der Grund, wenn sie realisieren? Ich bin sicher. Ja, ich bin sicher. Du bist sicher, Phil. Du wirst mehr Menschen. Was bedeutet das? Nichts. Ich bin sicher. Komm schon. Ja, 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 ja. Okay. Okay, fahr zum Treffpunkt der Mitglieder von The Lost. Hm. Johnny war doch, glaube ich, bei The Lost. Scheint wohl nicht so glatt zu laufen. Und... Vielleicht hat sich Johnny mit dem Geld verpfiffen. Und hat Tschüss gesagt. Er hockt jetzt irgendwo bei den Kanarischen Inseln und sagt... Ey, Wixler, putz mir mal ne Schuhe. Oh ne, der trägt ja keine Schuhe. Der trägt ja Stiefel. So... Was geht? Ja, das ist bestimmt wunderbar. Wunderbar. Ja, gut, erledige den Biker. Okay. Ich weiß, es ist der Erste, wo also hinten fährt ganz einfach. Ja, der fällt einfach weg. Ja, der fällt einfach weg. Aber bei dem ist alles gescriptet. Ja, kann man das total vergessen. Aber die Huren zum Bikergang, die krieg ich sicherlich. Der Biker ist in die U-Bahn vollgeheben. Der Biker ist in die U-Bahn vollgeheben. Ja, natürlich habe ich meinen Spaß. Ich schießt die ganze Zeit Feiergeschosse auf die... Aber irgendwie willst du ja nicht sterben. 3 F*** 5 9 9 9 2 4 4 5 5 5 7 Kilometer weiter geschoben und vor allem die Motorradsteuerung weißt du was ich wieder war alles her außer du selbst denk doch mal drüber nach ob du vielleicht scheiße bist nein das Motorrad war scheiße scheiße ich brauche mal aufmachen das ist weg Jo alles klar fahr zum treffpunkt der mitgehe von lust ja war mir ja schon mal aufsteigen ich muss us-biker fertig machen auf geht's so aber auch es ist auch wenn es eine Nummer eins kann gleich mal wieder fliegen gehen Ja, wenn ich gescriptet wäre, wäre ich genauso cool wie du. Ne? Weißt ja, was ich meine. Weißt ja, jeder andere wäre schon längst verblutet auf dem Motorrad. Der fährt einfach weiter. Warum muss ich eigentlich mit dem Bike fahren? Scheiße. Jetzt mal fahren wir ein bisschen vorsichtiger. Das ist nicht nochmal in Zukunft voll erfasst. Weißt ja, was ist ein bisschen. Ich treffe ja nicht mal. Was ist das zu tun? Oh, ich treffe ihn schon. Ich tritt's ja überall Blut, aber ich will ja nicht irgendwie mal wegtreten. Sag mal, was ist mit dir? Jawohl, da haben wir ihn. Oh. Wo soll ich in den Zug einsteigen? Der steht vielleicht. Aber egal. Wohooo! 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 Das war epic. Ich brauch's Taxi. Hallo. Netfick fahren. Das ist unhöflich. So. Ray. Was geht? Let's check out. Listen, dick. Es ist nicht meine Schuld, dass du getrennt. Nicht meine Schuld. Ich hatte nichts zu tun mit ihm. Nichts. Was ist das? Ich bin auf dem Telefon, du Scheiße. Oh, du willst einen Minikill. Oh, ja? Screw you! Ich weiß, was du willst. Entstehen? Ich bin fertig. No, no. You know what? Ich habe noch nicht angefangen. Du Däven. Fuck! Ich bin in der Hand wegen dir, du Scheiße. Hallo? Hallo? Ah. Ah! Go ahead. Open your mouth, asshole. Push your fucking luck. Ray. What the fuck do you want? You told me to come. Well, sorry. Having a bad fucking day. Oh, sorry. Me too. Fuck it. Fuck it. That curly head. We each is gonna talk. Go shut that stooge up. Shut who up? Isaac, the Diamond Dealer. Blaming me for everything. Everything. Even the shit we didn't do. Now I got no money. No diamonds. This dickstruck, and I have me killed. Blaming me, cause he got robbed. Okay. So? Let's hold up in the majestic. A couple of those cronies. Go shut those fuckers up. No problem. Hey, can I get a coffee, please? Fahrt zum Majestic Hotel. Im Rollstuhl, wenn's so weitergeht. Mein Gott, ey. Ich wurde, glaub ich, schon in dem Spielzahn sich tausendmal angefahren. Jedes Mal die Beine weggezogen. Ich glaub, ich müsste schon längst im Rollstuhl hocken. Weil du schon taug wärst. Ja, das hast du gedacht, ne? Kannst du aber vergessen. Urlaub. Drehen wir mal auf. So. Auf geht's. Ich bin nur kurz da, und er sagte schon, Ich hab genug von dir. Fuck you! Ich hab diesen Mann für dich. Du willst ihn! Komm her! Fuck! Ich hab meinen Knie, Mann! Du gewinnst! Du bereit für das jetzt? Fuck! ein kommentar dazu sie synchron aus der ecke schießen am tisch kaputt mit euch von euch durch hart holz da haben wir den ersten gar nicht mal irgendwie drauf geachtet einfach weggeschrotet juden ausrotten der holocaust ist wieder da japaner pratze du bist tot die 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 amal karte das ist nur ein kruppel der japanische freund hat es mehr wichtig e jolo er so ein kopf zuerst und er brennt Isaac